Das muss ich jetzt auch bezahlen, das muss ich nicht bezahlen. Danke. Neun rein. Danke. Ich werde das ausmachen. Wieder den. Ich habe jetzt zwei Sachen, die ich bezahlen muss, aber das muss ich nicht bezahlen, oder? Einmal frei. Kennen Sie den Wein? Klar. Hat er die so? Gefällt Ihnen die Gestaltung? Das ist lustig, oder? Der kann animieren, oder? So zum Nachahnen. Das sind das für junge Leute. Das ist ein Wein. Das ist ein Wein. Das ist ein Wein. Schau her, das ist ein Wein in die Rene, also das Layout hat die Rene mal gemalt, Paradiso, ein Liebeswein, schau mal her, wir volldächten, so ein Ding, so siehst du ohne Brüllen, und schaut gut aus, oder? Das kann für junge Liebespaare doch irgendwie sehr ermunternd sein, oder, dass sie den selbst schlürfen, bitte schön, und dann, die kennen sich besser aus, aber wir kennen uns da auch aus, haben wir das auch schon etwas gemacht, oder? Ja, aber es ist immer noch, aber es ist immer noch, also immer noch schön, oder? Ja, ja, und den Wein da, ja, irgendwie, der geht natürlich nicht durch, weil die Leute sind nicht im Angebot, das ist halt ein Wein, den die Cover hat, die Irene Ober gestaltet, befinden Sie den, als Liebesparadiso, Liebeswein, ich glaube, da könnte doch ein junges Paar irgendwie animiert werden, das nachzuahmen. Ja, 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 wir suchen nämlich einen Winzer, und jetzt stelle ich den Oberkanal rein, als Werbefilm, und so, das war jetzt der Knottsbürger sprechen, den hat, ich bin ja schuldig, danke.